Herzlich willkommen zurück. Wir haben uns mittlerweile mit einer sehr schönen geometrischen Interpretation von Differenzierbarkeit angefreundet. Darüber solltest du für dieses Video bereits Bescheid wissen. Das Ziel für dieses Video ist, dass du erklären kannst, warum eine Funktion f an der Stelle x0 sicher das Vorzeichen wechselt, wenn gilt, dass f von x0 gleich 0 und f' von x0 ungleich 0 ist. Schauen wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. Für die Funktion f und die Stelle x0 gilt, f von x0 ist gleich 0 und f' von x0 ist größer 0. Also wir haben eine Situation, so wie sie hier dargestellt ist. Und nun behaupten wir, wechselt f an der Stelle x0 das Vorzeichen ganz sicher von Minus auf Plus. Warum ist das sicher richtig? Mach dir darüber ein paar Gedanken, pausiere dazwischen das Video und dann sprechen wir darüber. Um diese Frage zu beantworten, können wir wieder unsere geometrische Interpretation von Differenzierbarkeit verwenden. Also schauen wir uns das Ganze einmal grafisch an und wählen y dabei so, dass unser Keil ganz sicher von zwei Geraden mit positiver Steigung begrenzt wird. Jetzt wissen wir, dass f an der Stelle x0 differenzierbar ist. Das bedeutet aber, es gibt dann eine kleine Umgebung um x0, sodass der Graph von x dort ganz sicher innerhalb des Keils verläuft. Wir wissen aber auch ganz sicher, dass der Keil rechts von x0 ganz sicher überhalb der x-Achse liegt und links von x0 unterhalb der x-Achse liegt. Das heißt, dass auch der Graph von f zumindest in einer kleinen Umgebung von x0 rechts von x0 überhalb der x-Achse verlaufen muss und links von x0 unterhalb der x-Achse. Jetzt sind wir eigentlich fertig, aber wir sollten unsere Ergebnisse noch schön festhalten. Also wenn f von x0 gleich 0 und f' von x0 größer 0 gilt, dann gibt es sicher eine Umgebung von x0 so, dass f von x kleiner 0 ist für alle Stellen x in der Umgebung links von x0, das wäre also hier, und f von x größer 0 ist für alle Stellen x in der Umgebung rechts von x0, das wäre also hier. Das bedeutet, unter diesen Voraussetzungen wechselt f an der Stelle x0 ganz sicher das Vorzeichen von minus auf plus. Und zum Abschluss überlegen wir uns noch, was passiert, wenn die Situation umgekehrt ist, also wenn statt f' von x0 größer 0 gilt, dass f' von x0 kleiner 0 ist. Nimm dir dafür noch ein paar Minuten Zeit, pausiere dazwischen das Video und wir sprechen dann noch kurz darüber. Na ja, unter diesen Voraussetzungen haben wir sozusagen die spiegelverkehrte Situation, können aber genau gleich argumentieren und kommen dann zu dem Schluss, dass dann gelten muss, dass f an der Stelle x0 das Vorzeichen von plus auf minus ändern muss.